Hallo, willkommen zurück zum Let's Play von The Movies, Stunts and Effects. Wir haben hier unsere blöde Vera Bitch. Die ist gestresst und die geht mir auf den Zeiger. Wenn die gestresst ist, soll die sich besaufen bis zur Bewusstlosigkeit. Damit sie vergisst, bei mir zu kündigen. Hier ist ja noch mehr an Trailer. Boah, wie viel denn noch? Der hat ja gar keinen Besitzer mehr hier. Können wir ja fast abreißen, den Scheiß. Mach mal doch. Pff, reißen wir ab. Ich hab eh zu viele Leute, zu viele Sachen hier. Kannst du abreißen bitte, danke. Weg, tschüss. Okay. Okay, dann, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, genau. So, hier ist der Trailer von Tom Hanks. Wo ist Tom Hanks? Wo ist Tom Hanks hin? Tom Hanks. Was ist das? Da. Tom Hanks, du kriegst einen neuen Trailer. Bitteschön. Vera hat schon einen. Sharon hat auch einen. Arnold hat noch keinen neuen. Das ist deiner. Und das ist deiner. So. Gut. Äh, was ist mit neuen Gebäuden oder so? Oder Sets? Haben schon lange kein neues Set mehr gebaut. Sci-Fi-Korridor. Kann man hier hinbauen, so. Sehr schön. Wir müssen weiter, weiter erweitern. Das kann weg, so. Okay. Okay, 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 okay. Done. Brauchen wir noch mehr Trailer eigentlich gleich. Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich von den großen? Wir haben zwei Stück da vorne. Ah ja. Und hier. Okay. Werden wir mal eben den Weg machen. So. Bei einem wird es leider so sein, dass ein wenig Grundstück durch den Weg verloren geht. Ja, das ist leider so. Tut mir leid. Ihr könnt mich auch trotzdem mal am Arsch lecken, ihr blöden Scheißstars. Ihr faulen Hunde, ey. So. Dann weiter geht's. Wir brauchen noch mehr Verzierung. Jeder hat ein Auto. Jeder hat ein Auto. Sehr schön. Dann haben wir noch mehr Deko. Und zwar. Was ist das? Oh, eine Statue. Wir brauchen hier noch die schöne Straßenlaterne. Jeder hier direkt vor der Tür. So eine Straßenlaterne. Bitteschön. Zieht die Mücken an. Und. Noch einen hübschen Brunnen vielleicht. Für jeden von euch. Jeder kriegt so einen kleinen Brunnen. Du auch. Einen kleinen Brunnen. Bitteschön. Dann. Du kriegst noch eine Tränke für Pferde. Du auch. Du auch. Und du. So. Sehr schön. Machen wir hier noch ein paar Mülleimer hin. Einen Mülleimer. Noch ein Mülleimer. Hier zum Trainieren kannst du haben. Du auch zum Trainieren. Und du auch. Und natürlich du hier. Ich möchte niemanden benachteiligen. Ein Kaugummi Automat auf dem Weg. Und natürlich das Allerwichtigste. Was ist das? Ein Zaun. Ne. Zaune brauchen wir nicht. Ne. Ihr braucht noch was an. Ne. Liegen habt da. Ihr braucht hier noch ein paar Telefone. Da noch ein Telefon hin. Und. Guck. Hier kriegst du auch noch so einen Schirm. einen Schirm. Du auch. Und du auch. So. Und du hier auch noch einen Schirm irgendwo. So. Sehr schön. Und dann noch ein paar Bäume. Und dann habe ich euch hoffentlich happy gemacht. Ihr scheiß. Blöden. Schauspieler. Ja. So. Da ein Baum. Da ein Baum. Hier ein Baum. Und da ein Baum. Da ein Baum. Und hier ein Baum. Und. Da noch ein Bäumchen. Und noch einer. Und hier noch irgendwo einer hin. Da noch einer hin. Und da noch einer. So. Du kriegst auch noch einen Busch. Du kriegst auch noch einen Busch. Ein Platz irgendwo wäre. Hier du auch noch. So. Und du noch einen Busch. So. Sehr gut. Alles klar. Jetzt können wir erstmal hier ein bisschen ausrangieren. Kein Besitzer. Kein Besitzer. Kein Besitzer. Kein Besitzer. Gut. Mach's kaputt. Mach's kaputt. Mach's kaputt. Mach's kaputt. Mach's kaputt. Und mach's kaputt. So. Sehr gut. Parkbänke. Kann man auch noch ein paar installieren. Und so. So. Und so. Hier eine Parkbank. Da. So. Alles klar. Dann haben wir's doch hier. Sehr gut. Hier ist noch Mülleimer oder was ist das? Kriegst du hier ein Mülleimer hin? So. Alles abreißen. Hier entsteht nämlich bald irgendwas Neues. Muss mir doch überlegen, was genau. Boah, es ist abartig mit der Auswahl. Wieso nicht einfach auswählen? Wieso nicht Auswahl hier vom ganzen Gelände machen? Na ja. Hier sind auf jeden Fall sehr gut finanziell da. Stehen ziemlich gut finanziell da gerade, meine ich. und es ist echt schon spät und ich sollte besser aufhören zu spielen. Ich kriege schon leichte Sprachschwierigkeiten. Boah, diese Lampe, ey. Dumme Scheißlampe. Verpiss dich von meinem Gelände. Wirklich. Ey, du regst mich so auf, du dumme Scheißblöde. Straßenladerne, du. Weg mit dir. Weg mit dir und weg mit dir und alles weg hier. Das macht sich einfacher. Nö, kann man nicht. Man kann auch nicht mehr entfernen drücken. Das ist ein Witz. Ich gönne, wie man sieht, gerade meinen Stars und Sternchen mal ein bisschen Pause. Weil ich muss sagen, die habe ich echt total überanspricht, die letzte Zeit. Und wenn ich das so weitermache, dann habe ich irgendwann gar keine Stars mehr hier. Wo ist Vera? Du verkackte Scheißnutte. Ey, nee, oder? Doch. Vera ist weg. Vera in wen ist weg? Vera ist tot. Ja, Vera ist weg. Weißt du was, Vera? Du bist echt eine dumme Sau. Du warst eine dreckige Fotze, eine fette, hässliche Schabracke. Ich habe dich gehasst. Und ich bin froh, dass du weg bist, ey. Von mir aus verreckst du irgendwo. In der Ecke liegst du irgendwo tot und und, 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 und wirst von Zombies zerfressen. Das weiß ich. Ist mir auch egal. Ich importiere 9 Star. Es ist soweit. Und Clint Eastwood. Nein. Falsch. Clint Eastwood ist ein Director. Oh, feier doch, ey. Geh doch weg. Tschüss. Meine Güte, ey. Pff. Hallo. Ich importiere Clint Eastwood und mache ihn zum Director. Der kann auch gerne wieder sofort gehen, wenn er will. Ist mir auch egal. So. Der macht jetzt erstmal hier irgendwas Horror-mäßiges. Der tut, was ich sage. Und ansonsten hält er die Schnauze. So. Meine Güte. Ups. Meine Filme hier können archiviert werden. Da hat uns die Vera einfach verlassen. Die ist einfach so mir nichts, dir nichts abgehauen. Das muss man sich mal wegtun. Naja. Jetzt haben wir hier irgendeinen Wannabe, der nichts kann. Naja. Wie auch immer. Wo sind unsere Leute hier hin? Was ist denn jetzt los? Ich verstehe es nicht. Ist mir echt alles zu hoch mittlerweile. Sainte ist ja toll. Dann mach doch hier, ey. Ist mir doch egal. Mach irgendwo was. Du auch. Und du. So. Boah, nee. Hier können wir erstmal ein bisschen was wegmachen. Die Vera ist weg, ey. Ich fasse es nicht. Dumme, scheiß, blöde Kuh. Geht das hier auch mal weg? Danke. So. Okay. So. Was ist hier los? Da hat keiner. Okay. Ist ja okay. Irgendeiner hat jetzt hier noch keinen vernünftigen Trailer. Arnold, Brad Pitt. Hulk Hogan hat auch einen vernünftigen, hoffe ich. Au. Tom Hanks kriegt auf die Schnauze hier vorne. Ne, hier, was ist denn hier? Sharon Stone. Jodie Foster. Kein Owner. Kannst du ja dann wohl in die Luft jagen, oder was? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Verstehe ich nicht. Verstehe ich jetzt echt nicht. Ja. So. Hm. Hier. Wer ist denn hier? Ach, Hulk Hogan. Hulk Hogan hat keinen vernünftigen Trailer. Okay, dann würde ich sagen, du kriegst den nicht. Den kriegt Hulk Hogan. Du kriegst hier oben erstmal den hier. Gute schön. Sehr gut. Habe ich dich glücklich gemacht? Sehr schön. Sein Image ist nicht besonders gut. Und er ist mit der Bezahlung nicht einverstanden. Ja. Hat noch nichts geleistet, aber will mehr Geld, ne? Das ist schon okay. Das sehe ich auch so. Kriegst du eine Gehaltserhöhung dafür, dass du noch nichts getan hast. Kriegst du 500 Dollar mehr. Das ist doch schön. Hm. Sharon Stone ist nur noch Nummer 13. Irgendwie geht's bergab hier. Fehlt da noch irgendein Schauspieler? Wir haben Sharon Stone, Jodie Foster, Tom Hanks, Arnold Schwarzenegger, Brad Pitt, Hulk Hogan und Clint Eastwood jetzt. Als schlechten Ersatz für Vera. Fehlt da nicht jemand? Noch? Oder kann ich mich an die Namen nicht mehr erinnern? Hm. Das stimmt wohl so. So. Du kommst mal her. Du hast was zu tun. Wer keine Filme drehen kann, der kann auch ganz schnell wieder verschwinden. Mach die Action. Arnold Schwarzenegger macht weiter mal Comedy. Red Pitt macht hier weiter Horror. Nee. Action. Tom Hanks macht auch mal ein bisschen Action. Jodie Foster macht auch mal ein bisschen hier oben mit. Und Hulk Hogan macht hier mal ein bisschen Horror, weil Horror kann er noch gar nicht. Sharon Stone macht mit ihm Horror. Das können sie nämlich beide nicht gut so. Dann haben wir sie alle beschäftigt. Alles klar. Mein Güte. Hier. Was haben wir hier? Ein neuer Film ist fertig. Ein Zwei-Sterne-Plus-Film. Mal gucken. Ich bin gespannt, ob der Film gut wird. Der wird nicht gut. Der ist durchschnittlich. Der ist durchschnittlich. Eigentlich ist er gut. Er hat mehr als zwei Sterne wahrscheinlich. Jam. Naja. Geht auch noch besser. Gucken wir uns den mal an. Der ist bestimmt schön. Musik von Indiana Jones. Bum, badaum, bum. Ach nee. Falsch. Ja, toll. Toll nachgeäfft, das Musikstück. Und ich denke, ja klar, sicher. Schlag und verprügel die Frau weiter. Das kann gut umführen. Und jetzt haut die Frau den. Oh, ja sicher, brech da noch die Nase. Was ist das für ein Scheiß? Nee, nee, nee. Geiler Film. Hm. Okay. Mhm. Hulk Hogan ist wie immer super. Und der Film war gar nicht so schlecht. Dem gefällt sein Trailer nicht. Ich raste gleich aus, ey. Hulk Hogan kriegt einen neuen Trailer. Der ist wohl erst mal wichtiger. So. Die machen hier den Dreck sauber. Sehr gut. Alles klar. Dann haben wir hier jetzt, ähm, bestimmt irgendwann nochmal ein paar mehr Schauspieler. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal Arbeiter zur Verfügung. Sehr gut. Machen wir das. Stellen wir euch ein. Habe ich kein Problem mit. So, ja, super. Hier haben wir einen neuen... Moment, wir haben jetzt wie viele Schauspieler? Wir haben ein Schauspieler, zwei Schauspieler, drei... äh, zwei Schauspieler, drei Schauspieler, vier Schauspieler, wir haben fünf Schauspieler und zwei Directors. Gut. Wir importieren einen neuen Star. Und wer soll es sein? Ihr könnt aussuchen, bitte einmal unter das Video schreiben, wen ihr dabei haben wollt. Nein, Quatsch. Das können da nicht entscheiden, das mache ich. Ich hätte gerne die Sandra Bullock. Die San... Sandra... Sandra Bullock. Ich habe mich verschrieben. Tut mir leid. Ich werde das aber nicht so lassen. Das ist lustig. Oder Leonardo DiCaprio oder vielleicht doch Kevin Costner. oder McRhyne. Ne, wir nehmen Bernd Spasti. Der wird in fünf Jahren in Rente gehen, der Bernd, weil der schon so alt ist. Das ist so geil. Bernd der Spasti ist zu alt. Ich finde das lustig. Haben wir noch irgendwo für dich einen Wohnwagen frei oder ist das... Geht das nicht? Haben wir ja nichts mehr. Also, jeder ist ja... Ja, komm. Der ist nicht für dich. Du kriegst keinen eigenen Wohnwagen. Du drehst einfach irgendwelche Scheißfilme. Ja. Wohnwagen brauchst du nicht. Das ist zu teuer. Du übst einfach mal irgendwas. Üb mal einfach. So, was haben wir hier? Wir haben gestresste Stars. Clint Eastwood. Ja. Looking for fun. Fun ist, wenn du hier ein bisschen übst. Auch Brad Pitt kann üben. Auch Arnold Schwarzenegger kann üben. Und ich lasse euch wahllos üben, weil ich möchte, dass ihr in allem irgendwie gut seid. Und Sharon Stone, mein Superstar, und die kann man ein bisschen Sci-Fi üben mit Tom Hanks zusammen. Dann haben wir euch alle wieder beschäftigt. Und unzufrieden seid ihr auch alle, wie es so sein sollte. Scheiß Hollywood-Pisser, ey. Ich habe jetzt irgendwie ein echtes Problem hier. Scriptwriting hängen da rum und tun gar nichts. Noch ein Action-Script. Du, mach... Mach hier. Machst du Comedy oder sowas. So, Comedy. So. Comedy, Stinky. Das ist ein Scheiß-Script. Das verkaufen wir sofort, damit wir Geld kriegen für bessere Sachen. Und gleich haben wir eine Million. Und... Aha. So, okay. Okay. Warum habe ich Bernd den Spasti reingeholt? Naja. Macht ja auch nichts. Wir haben jetzt zwei gute Sachen hier, die wir verfilmen könnten. Ähm. Ich habe nur einen Director, der gut ist. Naja. Was ist denn hier? Kann die überhaupt... Kann die, ähm... Jodie Foster, kann die Comedy machen? Nee, kann sie nicht wirklich. Schlecht. Sehr schlecht. Die trinkt auch zu viel. Ähm. Mach hier Comedy. Das ist gut. Mach Comedy, Frau. Mach einfach Comedy. Mach irgendwas Lustiges. So. Okay. Echt heavy. Ich habe hier Skripts, die ich nicht verfilmen kann, weil meine Schauspieler alle absolut abgewrackt sind und ich keinen vernünftigen Director besitze. Also so schlecht war ich in dem Spiel noch nie, wirklich. Ich bin eigentlich jetzt so weit, dass ich sage, es macht schon fast gar keinen Sinn mehr, weil ich habe keinen einzigen fähigen Director. Das macht doch so keinen Spaß. Die hat Stress und aus Stress wird bei der immer saufen. Horror kann der gar nicht. Comedy kann der mal versuchen. Du machst da mal was. Du machst hier auch mal was. Und du, Clint Eastwood. Clint Eastwood kann Action machen. Moment. 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 Kann er auch Comedy? Kann er auch Comedy? Ja, keine Ahnung. Wir müssen aber denen auch mal eine Chance geben. Komm. Wir müssen denen die Chance geben, sich zu beweisen. Ja, auch den Neuen. Du bist jetzt hier Director. Du bist Hauptdarsteller. So. Und du machst da einfach mit. So. Ich weiß, das gefällt keinem von euch. Aber wir müssen Geld in die Kasse kriegen. Sonst bin ich bald pleite. So. Okay. Das verkaufen wir jetzt einfach. Ist mir jetzt egal. Hab zwei Sterne, aber ist egal. Okay. So. Weiter geht's. Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich bin echt mit meinem Latein am Ende. Ich weiß noch nicht mal gerade mehr, wie lange ich jetzt schon spiele. Ich mach deshalb jetzt einfach einen Cut, weil ich weiß echt nichts mehr. Ich weiß nicht, wie ich noch weitermachen soll. Vielleicht ist es auch einfach zu spät gerade. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Part. Ja. Ich weiß nicht mehr. Ich habe hier. Ich weiß nicht mehr. Ich Ja. Danke. Vielen Dank.